Servus, grüß euch. Ich bin's der Michael Nikolas, euer Herr Barustamacher aus dem Chiemgau. Wie ihr euch schon wisst, haben wir ja geröstet. Wir haben mehrere Sorten geröstet. Und ich würde euch ganz gerne auch noch mal zeigen. Ich habe da nämlich etwas ganz Besonderes. Und zwar einen Indian Monsun Malabar. Das sieht man da ganz gut. Der schaut ganz anders aus. Der ist schon fast gelblich, fast strohgelb und wesentlich leichter. Also eine ganz tolle Aufbereitung hinter sich. Das ist eine sehr langwierige Aufbereitung und dadurch verliert der Kaffee die Säure. Das ist also ein säurefreier Kaffee. Das ist ganz wichtig für euch. Total toll, wenn ihr mit dem Morgen ein bisschen empfindlich seid, wenn ihr schwanger seid und auf Säuren ein bisschen reagieren werdet, ist das euer Kaffee. Der ist würzig, das ist eher ein würziger Kaffee, eine ganz tolle Sache. Und schmeckt in einem Cappuccino total traumhaft. Kann ich euch sehr gerne ans Herz legen. Ist eine schöne Geschichte, eine runde Geschichte vor allen Dingen. Und wie gesagt, von der Malabar-Küste rindischer Kaffee halt. Total toll. Wir freuen uns auf euch. Servus. Ich danke dir. Drei. Ich danke dir. Vielen Dank.